Yo, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dishonored The Old City Trails, glaube ich. Ich habe jetzt die Zeit dann schon nicht mehr aufgenommen, das heißt, ich bin nicht mehr ganz update, was hier abgeht. Ich habe in meiner letzten Aufnahme mal geguckt, wir haben schon sieben Aufnahmen vollendet. Das heißt, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, wir fahren jetzt immer acht, neun und zehn müssen noch gemacht werden. Fangen wir gleich mal hier mit an. Mit Freudenfeuer. Berühre so viele rote Lichtstrahle wie möglich, bevor die Zeit abgelaufen ist. Berühre die roten Lichtstrahlen, die zuvielig erscheinen. Ihr Lichtstrahl, den du berührst, verlängert den Counter. Setze alles auf hohe Mobilität durch Teleportieren und Beweglichkeit. Wenn du ins Nichts fällst, hattest du beim letzten berührten Lichtstrahl. Wenn du auf den Boden fällst, nimmst du keinen Schaden. Dein Mana-Vorrag-Energie regeneriert sich sehr schnell. Nutze dies zum häufigen Teleportieren. Okay. Bewertung. Jede berührte rote Lichtstrahle verschafft dir einen Punkte-Bonus und einen Sonder-Bonus, wenn du den nächsten insbesondere kurze Zeit erreichst. Du erhältst einen Punkte-Bonus, wenn du besonders schwierige Sprünge ausführst. Prüfung endet, wenn der Countdown abgelaufen ist. Hört sich doch recht simpel an. Das heißt, wir gucken vorher nochmal. Optionen. Steuerung. Zutubelegung. Bla 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 bla. Rechts leben, benutzen. Schwein Angriff. Benutzen ist F. Das merke ich mir nochmal. Bam bam. Schnellauswahl. Mana-Elixier ist Tee. Okay. Ja, okay. Das kriegen wir schon hin. Okay, wir müssen da hin. Okay, nein, nicht das Ziel ist dort. Beilen wir uns mal, dass wir da ungefähr hinkommen. Okay, wir sind oben jetzt. Geschafft. Nice. Gut, mein nächster ist da. Perfekt. Komm schon. Uh, geschafft. Alles klar. Mein nächster ist dort. Geschafft. Okay. Mein Mana regeneriert ja wirklich sehr schnell. Okay, da versuchen wir uns ein bisschen zu beeilen. Ah! Lol. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Okay. Eh, nett. Ding, gelandet. Lol, das war's schon. Okay, da kommt mir das ganze Problem nochmal aus. Ähm, wird auf jeden Fall eine recht kurze Folge, habe ich das Gefühl. Weil ich will euch ja nur zeigen, was es hier alles gibt. So. Machen wir das nochmal jetzt. So. Ach, Scheiße. Schu-Dah. 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 So, das kennen wir ja. Jetzt müssen wir da hin wieder. Perfekt. Oh, ich glaube die Punkte haben sich gerade verändert, oder? Die Punkte verändern sich ja. Oh, lecker. Okay, da haben wir aber den nächsten erreicht. Der nächste ist dort unten. Etwas weit weg von uns. Aber auch kein Ding. Haben wir ja erreicht. Ach, du Scheiße. Ähm. Ich versuche jetzt, keine Ahnung, also ich habe echt keine Nullpeilung, mich da irgendwas kommen sollte so schnell. Komm, da geht's hoch. Ähm. Ich habe Nullpeilung. Und schon wieder gescheitert. Schon wieder eine 5 Lichtstrahl erreicht. Komm, ein Versuch geht noch. Prüfung wiederholen. Alter, das ist auch langsam schwierig teilweise. Okay, ich glaube an dem hier verschwenden wir sehr viel Zeit. Okay. Okay, hier klickern wir es hoch. Und jetzt war das einfach hier rein. Damit haben wir den Punkt. Hey, komm. Da kommen wir einfach hinrennen. Ohne Probleme. Okay, komm. Jetzt nicht hängenbleiben irgendwo. Da unten hin. Wie hasselig ist das denn bitte. Aber ein bisschen Glück gehabt dabei noch. Er ist wahrscheinlich da hinten hin. Okay. Oh, nice. Ich bin hier durch. Okay, damit haben wir den nächsten Punkt erreicht. Jetzt müssen wir da hoch. Das finde ich jetzt schon wiederum ganz schön assig. Ich glaube, mehr als 5 Lichtstrahlen kriegen wir hier auch nicht hin, oder? Ich glaube es nicht. Aber gut, damit habe ich euch ja jetzt theoretisch gezeigt, worum es in dieser Folge geht. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Prüfung wieder ein. Und ja, wir gehen mal hier wieder Prüfung verlassen. Wenn wir zurückkehren, ja, möchte ich. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüss.